Wir sind jetzt hier im Martinstollen. Das heißt, wir werden jetzt schon langsam dann den Berg auch wieder verlassen. Da neben uns sehen wir noch einen Bergkristall stehen, der nicht da herinnen in dem Bergwerk gefunden worden ist. Der ist eigentlich vom Groß Venediger, also schon aus diesem Tal gefunden worden und dann da herinnen für die Leute zum Präsentieren aufgestellt worden. Ja, und da geht es jetzt schon langsam hinaus durch den Martinstollen Richtung Hängebrücke, wo wir dann eben wieder den Untersulzbach rüberqueren an der Oberfläche. Vorher sind wir 30 Meter unterm Bach durchgelaufen. Und wenn man da jetzt noch so genau hinschaut, wir sind da jetzt an der Abbaufierste von diesem Martinstollen. Also unter uns ist eigentlich versetztes Gestein, wurde abgebaut und dann wieder mit Holz und Gestein wird alles versetzt, damit es der Berg nicht zusammendrückt.